Tätowieren ist eine Kunst, die ausschließlich von der Fertigkeit des Künstlers lebt. Herzlich willkommen bei Schattenlicht-Tattoo und Piercing. Am Anfang steht immer das persönliche Gespräch, damit wir garantiert individuell auf jeden Wunsch eingehen können. Dank unserer Erfahrung und einer gehörigen Portion Innovation in Sachen Technik, Farbe und Ausrüstung halten unsere Tattoos ein Leben lang. Selbstverständlich berücksichtigen wir bei jedem Motiv die individuelle Form des Körpers und lassen Kunst auf ihrer Haut entstehen. Wer will, kann seine eigene Kreativität für ein Freestyle-Tattoo einbringen. Einzigartig und von Meisterhand gestochen. Selbstverständlich können wir auch bestehende alte oder schlecht gestochene Motive korrigieren. Gerne beraten wir dich auch in Sachen Piercings und bringen dieses fachgerecht und sauber an beinahe jeder Körperstelle an. Professionelle Tätowierungen und individuelle Piercings in gemütlicher und absolut hygienischer Atmosphäre. Wir freuen uns auf dich!